Strich in der Landschaft, ne? Ah, das ist der, der ich meinte. Der sieht aus wie ein Aue. Da hinten ist eine... Na, wo ist sie denn? Da sehe ich sie nicht mehr. Da hinten ist Regen. Da drüben ist Regen. Dort sind Wolken hier. Da ist Regen. Da frisst schon wieder einen Fisch an ihm. Hier ist auch einer bei uns. Was? Was ist er denn da? Du frisst auch den Schleim weg. Boah. Oh, da sind drei von denen. Vier! Da hinten... In der Linie da gerade... Ach, siehst du mir nicht. Nee. Wo ist denn der andere denn jetzt da? Unter die Lampe rochen, ja. 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 ... ... ... ... Ich habe es nicht gepackt.